Mittelalter Der Besuch bei einem Arzt ist heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Jeder von uns hat eine Hausärztin oder einen Hausarzt. Aber wie war das vor tausend Jahren im Mittelalter? Die meisten Menschen hatten keinen direkten Zugang zu einem Arzt, der an einer Hochschule, einer Universität ausgebildet worden war. Das hört sich zunächst einmal nicht besonders gut an. Aber ist das wirklich schlecht gewesen? Naja, eigentlich nicht. Denn die sogenannten Physizi, die Einzahl heißt Physikus, die an einer Hochschule ausgebildet worden waren, hatten keine oder nur sehr geringe Kenntnisse davon, wie unser Körper aufgebaut ist und wie er funktionierte. Sie hatten reine theoretische Kenntnisse der Medizin. Ganz anders war es bei einem Chirurgikus. Das kommt von dem griechischen Wort cheiro und bedeutet mit der Hand arbeitend, Handarbeit, Handwerk. Ein Chirurg, ein Chirurgikus, wurde von einem Lehrmeister praktisch ausgebildet. Er lernte also durch Anschauung und dadurch, wie wir heute sagen würden, durch Learning by Doing. In den Städten des hohen und späten Mittelalters waren die Chirurgen dann sogar als Zünfter organisiert, wie andere Handwerker auch. Ja, war das besser? Ja, es war besser. Denn die Chirurgen hatten Erfahrungen mit Wunden. Sie kannten ein bisschen die Anatomie des Körpers. Nur das einzige Problem war, ihr Werkzeug war noch recht bescheiden. Und das größte Problem, es gab keine Narkosemittel. Man experimentierte mit sogenannten Schlafschwämmen, Spongia somnifera auf Lateinisch genannt, die aus Mohn, Alraune oder Bilsenkraut bestanden. In einem medizinischen Handbuch des 14. Jahrhunderts kann man lesen, das Saft von schwarzem Mohn oder Schwarzole von Mohn, der wächst in Indian, also Opium. Und mit dem Hinweis, das bekäme man in der Apotheke. Die Chirurgen kümmerten sich um Knochenbrüche und Ausrenkungen. Sie behandelten offene Wunden und Verbrennungen. Sie behandelten Abszesse, Fisteln, Polypen und Hämorrhiden. Das Bild hier zeigt eine Kauterisation, das heißt die Ausbrennung einer Fistel mit einem heißen Eisen. Und Wundärzte führten Amputationen durch. Die Gruppe der Chirurgen bzw. Wundärzte war im Mittelalter sehr heterogen. Es gab die Generalisten, die jede Art von Behandlungen durchführten und es gab Spezialisten wie beispielsweise die Starrstecher. Hier auf dem Bild sieht man die Operation eines grauen Starr. Es gab die Steinschneider und es gab die Zahnbrecher und vor allem dieses Wort zeigt, welche Schmerzen auf einen Patienten wohl zugekommen sein müssen. Und schließlich gab es die Gruppe der Bader, die ihre Dienste in einem Badehaus anboten. Sie führten den Adalas durch und vor allem das Schröpfen. Hier auf dem Bild sieht man, wie Schröpfköpfe angesetzt werden. Ja, bei all dem, das relativ unangenehm klingt, gab es doch auch einige Highlights, die uns heute beim Rückblick auf das Mittelalter doch erstaunen lassen. In dem Roman Parzival Wolframs von Eschenbach aus dem ersten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts wird der Ritter Gawahn als, ich zitiere mittelhochdeutsch, Arzett vor die Wunden bezeichnet. Und das dürfte die erste deutschsprachige Erwähnung des Namens Wundarzt sein. Ritter Gawahn behandelt einen verwundeten Ritter, der ihm unterwegs begegnet. Er liegt im Arm als einer Minnedame. Und was nun passiert, ist doch sehr erstaunlich, denn Gawahn beginnt zunächst mit einer Anamnese, denn er sagt, ihm ging das Blut in den Lieb. Das heißt, das Blut ist in den Körper geflossen, also eine innere Blutung, würde man heute sagen. Das nächste ist eine konkrete Diagnose. Wann er ist nicht zerfärrige Wund, das Blut ist sinnes Herzen Last. Auf Neuhochdeutsch übersetzt heißt das, er ist nicht tödlich verwundet, das Blut drückt ihm auf das Herz. Und das nächste ist eine auch sehr merkwürdig anmutende Therapie. Er begreift der Linden einen Ast, er slice ein Loft, draber als ein Rohr, den Schub er zetiosst in den Lieb. Das heißt, er nahm den Zweig einer Linde, schälte davon die Basthülle ab für ein Rohr und dieses Rohr schob er in die Wunde hinein und dann bittet er die Minnedame des verwundeten Ritters, das Blut aus dem Körper heraus zu saugen. Boah, das klingt natürlich alles sehr gruselig, aber es handelt sich hier um einen sogenannten Hämatothorax, der auch heute noch ähnlich behandelt wird, natürlich mit allen modernen Möglichkeiten, die die Medizin bietet. Der Medievist und Medizinhistoriker Bernhard Dietrich Hage konnte zeigen, dass dieses Wissen aus dem sogenannten Kitab al-Tasrif stammt, eine Art medizinischer Enzyklopädie des arabischen Arztes Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas al-Zahawi oder kurz lateinisch Abul Qasim oder Abul Qasis, erlebte von 936 bis ca. 1010. Und es ist sehr erstaunlich, dass dieses arabische Wissen über eine lateinische Vermittlung dann bis zu Wolfram von Eschenbach gelangte. Was auch zeigt, dass einerseits medizinische Kenntnisse sehr gut sein konnten im Mittelalter und andererseits auch, dass arabisches Wissen in dem europäischen damals doch relativ überlegen war.